Das Testfeld Autonomes Fahren Baden-Württemberg in Karlsruhe bietet Firmen und Forschungseinrichtungen die Möglichkeit, Dienstleistungen und Technologien für das autonome Fahren der Zukunft im realen Straßenverkehr zu erproben. In unserem Demonstrator zeigen wir einen kleinen Ausschnitt des Testfelds, nämlich eine virtuelle Testfeldkreuzung. Hier können wir darstellen, wie die Verkehrsteilnehmer, wie Fahrzeuge und Fußgänger von der Sensorik in der Testfeldkreuzung wahrgenommen werden und wie diese Daten dann zum Testen von automatisierten Fahrfunktionen verwendet werden können. Dazu können interaktiv verschiedene Situationen nachgestellt werden, zum Teil mit automatisierten Fahrzeugen, die dann auch eigene Sensorik mitbringen können oder auch mit nicht automatisierten Fahrzeugen. Ziel des Demonstrators ist es, Technologien und Möglichkeiten aus dem Testfeld Autonomes Fahren im Kleinen interaktiv erfahrbar zu machen.